Und damit willkommen zurück hier bei DSP. Ups, da habe ich einen Fehler gemacht. So, ja, so wie man unschwer erkennen kann, ich habe hier ein bisschen umgebaut. Und zwar ist mir, als ich mir das ganze Ding etwas genauer angeschaut habe, aufgefallen, dass da ein Versatz drin war. Da habe ich einmal irgendwo zu eng gebaut, warum auch immer, das geschehen ist. Ich habe keine Ahnung und deswegen hat das Ganze irgendwie so funktioniert wie gewollt. Und, ja, jetzt habe ich mir nur gedacht, jetzt hole ich euch dann noch wieder dazu. Und dann machen wir das ganz fix. Das sollte jetzt dann auch relativ ohne Probleme gehen. Und das andere, wo ich noch gerade überlegt habe, wie ich das am besten und geschicktesten handle. Also wir machen hier vorne nochmal so einen Ring hin mit den ganzen Solarteilen da. Jetzt machen wir aber das erstmal weiter auf. Gut. Ja, gehört einfach auch mal dazu. Man muss halt echt gewaltig aufpassen, was man da macht. Wobei ich das jetzt beim Ziehen da irgendwo ein Fehler geschehen ist. Warum auch immer da zwei, drei von denen einfach zu dicht aneinander gesetzt hat, dann hat das Ganze natürlich hinten raus nicht mehr funktioniert. Also da, wo ab dem Zeitpunkt, wo die Splitter von den Splitter in die Rail Receiver schräg hineingegangen ist, hätte ich einfach nachschauen sollen. Aber ich habe mir gedacht, das wird schon so passen, wird ja alles gut sein. Ja, ich habe gedacht. Meistens das Problem bei der ganzen Geschichte, ne? Ich muss sagen, ich bin begeistert, dass da hier nach wie vor permanent hier gestartet wird. Auch wenn einem jetzt hier diese ganzen Artefakte, also mir zumindest mittlerweile ein bisschen auf den Zwirn gehen. Aber gut. Jetzt hoffe ich natürlich nur, dass hier die Linsen da nicht irgendwo vollkommen ausgehen. So, wie sieht es aus? Aha, da fehlt noch. So, das müssen wir natürlich genauestens im Auge behalten. Dass das überall richtig ist, ne? So. Wahrscheinlich hat es jetzt dann auch mit der Verbindung da geklappt. So. Da scheint es ein Problem zu geben. Ah ja, da. So. Passt. Per-fekt. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt schauen wir mal an das. Mal, dass wir das da hier oben ordentlich rein bekommen. Äh. Da müssen sie sein. Genau. Genau. So. Ich versuche jetzt hier gerade nur rauszufinden. Hm. Da, warte. Weil wenn nicht, mache ich es wirklich vorne dran hin. Das soll mir jetzt dann auch egal sein. Es könnte natürlich nur so ein bisschen überlaufen viel dann sein. Das muss ja jetzt auch nicht sein. So. Jetzt pass mal auf. Wenn ich das jetzt ausschneide. Und jetzt nutze. Dann geht das nicht überall. Das war jetzt fast schon wieder abzusehen. Okay. Dann halt nicht. Dann führen wir das Band da hinten wieder rum. Und gut. Ist. Genau. Also dann ziehen. Ach. Guck mal an. Das geht nicht. Und da hängt's. So. Das heißt, wir ziehen dann die Linsen hier runter. Wenn wir dann nicht kommen. Kommen wir. Hier. Sehr schön. Und dann fangen wir da an. Denke ich. Halt es als zu weit. So. Machen wir mal so. Gleich per Blueprint. Zu dicht dürfen wir ja nicht ran. Das haben wir ja schon mal gemerkt. Das geht nicht. Mit der Verbindung sonst. Soweit. 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 Ähm. Jetzt. Müsste ich. Soweit. 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 Jetzt sollte es ja klappen. Ha, 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 jawohl. So. Mensch. Okay, mehr können wir den Sorthorn, wenn sie drin sind. Das funktioniert nicht. Es wäre vermessen zu sagen, bei Faktorio war das Problem nicht ähnlich. Ups. Das könnte es natürlich ein Problem werden. So viel zu dem gehässlichen Lachen. Ne, ja, ich muss doch noch händisch dran. Ha, schiete Böe. Aber ich will jetzt auch nur so viele aufsetzen, um genug Strom einfach zu haben. Ich bin nicht weniger. So. Und ich glaube, wir werden so oder so dann ein Problem bekommen mit den Linsen, die ordentlichen daher zu produzieren. So, da fehlt es wieder. Also da fehlen einfach nur die Drohnen. Ja, ist ja in Ordnung. Mein Gott. Komm, schieb sie mal ran. Perfekt. So, was hat denn unser Strom jetzt zu sagen? Ähm, unser Strom ist gut. Okay, wir sind mal in der Generation drin. Charge ist auch. Passt. Perfekt. Ich würde sagen, wir erweitern das jetzt gerade noch mal um eins. Ich hätte das da hinten wahrscheinlich gar nicht machen müssen, fällt mir gerade ein. Ich muss hier nur hierfür sorgen. So. Genau. So. 1, 2, 3, 4. Und 3. Nee, das ist ein Splitter zu viel. Noch mal Abbruch. Ja, du sollst den nicht nach drüben nehmen. Das ist eine. So, nee, wenn ich 4 Solar-Sales habe, dann habe ich natürlich 4. Ja, passt. Mathematiker. So. Und so. Jetzt haben wir es aber noch richtig, ne? Dann schiefen wir das ganze Ding mal. Save. So. Okay. Na, komm. Was ist denn da jetzt produktionstechnisch angelaufen? Jetzt habe ich natürlich am Ende der einen Folge nicht nachgeschaut, ne? Wie... weit unsere Solar-Sale-Geschichte ist. Äh, da ist es eine Sphäre. Aber, äh, jetzt. Ähm. Erstens sind wir da unten, da sind wir fertig. Schön. Hier oben sind wir auch. Äh, so gut wie. Fertig. Na gut, dann nutzen wir doch das gleich aus. Dann machen wir es jetzt mal final. Fertig. Hätte ich gesagt. Auf den oberen Kranz. So. Machen wir die Hälfte geschafft, ne? Halt, nee. Wir sind da immer nach unten. Ähm, ja. Na gut, was heißt die Hälfte geschafft? Ich... Äh, äh. Das ist ein bisschen arg optimistisch. So. Oh, halt. Stopp. Da sind wir so, ne? Nee, stopp. Das ist so. Ach, da... Komme ich so eng gar nicht hin. Ja gut, okay. Dann müssen wir doch halt jeden zweiten nehmen. Du hast es schon mal gut zu wissen. So. Ganz in der Geschwindigkeit schön ordentlich weitergehen, ne? So, das war's Wichtigste. Dann bitte so. Äh. Müssen wir gleich dann beim Kreuz verlegen aufpassen. Ja, genau. Das so nicht. So. Die unteren dann auch noch. Hier wäre so eine Blueprint-Funktion auch ganz praktisch, ne? So. Jetzt hier dasselbe. Uh, das ist ein Haufen Zeug, was wir noch brauchen. Je, oje, 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 oje. Ja gut, aber wenn wir das mal geschafft haben, haben wir den Großteil auf alle Fälle erledigt. Ich muss ja sagen, dieser Mittelnring ging jetzt auch recht fix. So. Ups. Das Befüllen funktionierte auch recht fix. Wobei hier jetzt natürlich in der Mitte nichts mehr drin ist. Das heißt also, äh, jetzt wird es wieder ein bisschen dauern. Klar, logisch, aufgrund der Sache, dass ich bei der letzten Aufnahme-Session so lange nicht nachgeschaut habe. Ist dann natürlich sehr viel angefallen an Material. Hm, sehr schön. Gut, das heißt, äh, hier geht's dann wieder in diese Richtung. Zack, zack, zack. Genau. Pass, perfekt. Das ist eine schöne Sphäre. So. Ah, komm. Darum, darum, darum. So. Okay. Okay, und hier müssen wir jetzt dann so. Hm. Äh. Das sieht aber noch nichts aus, wenn ich das jetzt so mache. Brr, 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 brr. Äh, ähm. Mal was gucken. Was wäre jetzt natürlich... Oh? Nee, den Remove kannst du da unten schon lassen, ne? Hat die jetzt echt alle raus removed? Nee, oder? Boah, das ist ja mies. So. Dann mal eben. So. Machen wir das halt so um zuerst. Es ist schlässig. Doch, ja, ja, jetzt habe ich gerade gedacht, jetzt habe ich es schon gut versaut. Ich könnte es aber auch mal so machen, wir müssen nicht so viel klicken. Dann tun wir etwas einfacher. So, schön, 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 schön. So, zack, 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 zack. Muss ich jetzt die Linien auch noch nach unten machen? Ich glaube nicht, ne? Doch, sieht gut aus, komm. Die passt, Struktur, Dinger da, die zusätzlichen, die gönnen wir uns. So. Jetzt würde ich mir dann natürlich nur lieben gerne wünschen, dass ich den oberen Teil einfach mal nach unten kopieren könnte. Das würde mir sehr gefallen. So. Das geht hier nicht, ne? Ja, genau. Das brauchen wir auch nicht. Okay, und jetzt hier, können wir da nochmal was machen? Ach, du grüne Norde. Das machen wir so. Dann werden wir... Wahrscheinlich gar keinen Zwischenring mehr ziehen, oder? Darf ich eh nicht. Okay. Fühlt cool aus. Das heißt, sowas von Mandala, ne? Mandalas ausmalen. So, ausmalen im Übrigen. Ähm... Let's beginn. So, was denn dann? Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut. Run the game. Das ärgert mich jetzt hier gerade so ein bisschen. Ach. Gehen die jetzt raus, oder fängt der jetzt hier von neun an? Ich weiß es nicht. So... Gib mal mal her. Oh, komm, wir fliegen mal gerade raus. Würde mich interessieren, wir müssen so oder so mal kurz zum Siliziumplaneten. Ja, da haben wir schon leider nicht mehr den vollen Granz, äh, Ring. Genau, und alles, was ja ab hier bis runter ist, ist dann die Hälfte. Und vor mir dann. Schön. Schön, schön, schön. Gefällt mir sehr. So, wo ist das jetzt meine Misere? Sehe ich die hier irgendwo? Da. Was passiert da jetzt? Die gehen jetzt alle... Ach Gott, das sind aber ein Haufen Solar-Selzern. Okay, das lässt ja doch hoffen, dass da einiges ist. Okay, die gehen jetzt alle da raus und dann gehen sie wieder rein. Ja, ist in Ordnung. Ich habe es mir gemerkt. Ähm... So, da sind Planeten. So, Silizium. Wo hängt denn das jetzt bei dir? Das war da nicht so rankommen. Wahrscheinlich erst mal das Forschungspaket Plus machen soll, erforschen sollen. Ne? Dann würde es müssen vorangehen. Weil ich da gerade mal auf die Forschung gucke. Allerdings muss man ja mal sagen, wir forschen doch schnell genug. Nach wie vor. Boah. So. Jetzt lass mal schauen. Achso. Lass mal die Energie. Energie sieht ja praktisch... ...okay aus. Ähm... Sind wahrscheinlich einfach viel zu wenig. Ich hätte Lada mitnehmen sollen, ne? Naja. Jetzt sind das schon so enorm viele, ne? Und es langt halt immer noch nicht. Ja, gut. Wir lösen es mit der Antimaterie unten auf unserem Planeten. Und ein weiterer Ring kommt. So. Und dann schauen wir mal... Oh, nee, ja. Über diese... Uff. Anziehungskraft von dem Planeten. Unfassbar. Wir sind ja gar nicht so schlecht dabei, ne? Was die Energie angeht. So. Und Antimaterie wird ja relativ wenig ver... ...pulfert. Es wird aber auch relativ langsam hergestellt. Du brauchst wie viel... Achso, jetzt wollte ich gerade sagen... 3,8 die Minute. Ja, gut. 24 Sekunden. Zwei Stück. Ähm... Na. Zack. Nutzen. Das mit diesen Stromasten mag der halt auch nicht. Gut, okay. Hab ich vergessen. Nicht mehr dran gedacht. Stimmt, war ja die ganze Zeit auch sonst wo immer das kleine Ärgernis. Was soll's. So. Da können wir nochmal hin. Und da können wir dann nicht mehr hin. Da müssten wir erstmal das Band noch umändern. Aber das ist, denke ich, das geringste der Probleme. So. Dann wollen wir einmal in diese Richtung. In diese Richtung. In diese Richtung. So. Gut. Jetzt brauchen wir ein paar von denen hier. Nicht so viele. Ja, darf ja mal produzieren. Das ist auch nicht so das Problem. Ähm... Das Zeug geben wir allerdings ganz kurz mal ab. Das brauchen wir ja selber nicht. T-t-t-t-t-t. Immer noch 30 Stück übrig hier. Kriegst du. So. Du kriegst du. Die ganzen Dinge, ne? Willst du nicht? Schade. Und du? Die Sula-Sales gerade noch weg. Warum mache ich eigentlich Sula-Sales? Inventar. Komm schon, ich bin schneller wie das Sorter. Okay, ich bin nicht schneller wie das Sorter. Upsi. Ach, das ist jetzt so blöd gelaufen. Ei, 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 ei. Ich bin ja ein Trottel. Gut. Ähm... Energie. Energie, Energie, Energie. Wir haben... Da müsste ich schauen. Wir haben... Ähm... Letzten Endes ein paar Watt, die fehlen. Ja... Gut. Es wird sich los geht. So. Ich will nicht so viele von denen hier hinbauen. Einfach weil... Nee, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein, dass wir hier... einen Haufen von denen bauen. Die machen wir mal. Ich will nicht, dass es so viele auf dem Band liegen, ne? Wir machen mal zwei Stück. Antimaterie. Bis dahin. Hier rein und hier rein. Okidoki. Hätten wir das. Jetzt schauen wir mal nach dem Hydrogen. Und ich vermute, dass wir nochmal zum Titan fliegen müssen, um dort, ähm... Etwaige Probleme dann zu beheben. Wie sieht es denn hier eigentlich mit den Solar-Sails aus? Ja, das habe ich mir gedacht. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das echt hinterher kommen würde. Und ich würde sagen, es ist Blueprint-Time. So. Stopp, Moment. Haben wir da nicht was? Da haben wir was. Perfekt. Ich muss mich noch daran echt gewöhnen. So. Und zwar. Da setzen wir jetzt nämlich auch ein bisschen anders dahin. Ja, schön, wenn ich jetzt sagen könnte. Nicht dein Ernst. Es geht ja. Geil. Ja, lieber gut geklaut, als schlecht kopiert, ne? Ich meine, dasselbe Problem hatte Factorio. Lange, 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 lange Zeit gehabt. Muss man da auch mal Sachen rauslöschen können. So, jetzt müssen wir natürlich nur gucken. Ist das jetzt der richtige Abstand? Also, du kannst dich schon denken, die kommen da natürlich jetzt weg. Ja, ist der richtige Abstand? Nee, das nicht. So nicht, mein Freund. So. Falls wir es dann nochmal erweitern müssen, können wir das gleich machen. Dann gibt es da natürlich noch einen anderen Trick im Übrigen. Das habe ich das letzte Mal nämlich noch festgestellt. Man macht es sich halt einfacher. So. Anstelle, dass ich mir jetzt hier natürlich ständig den, das Giraffe da rauskopiere. Dann sind die Rezepte nämlich auch drin. Muss noch jeder einzelne Sampler anklicken. Setzen. Danke. Und dasselbe hier. Bis hierhin. Und bis hierhin. Okay. So, was war hier nochmal verhaseln? Wir brauchen vier Sekunden. Naja, das langt. Perfekt. Das ist, das ist, das ist gar kein Problem. Also. In Zukunft gehen wir. Hier rein. Und hier. Nee, warte. Dann machen wir lieber mal. Gleich so. Und so. Passt. Passt, passt, passt. Perfekt. Okay, so. Dann können wir den ganzen Schüssel da abreißen. Was sollst du jetzt denn da gleich übrig haben? Schmeiß mal rein in die Fabrik. Okay, jetzt sind natürlich die Strommasten wieder gekillt, den wir brauchen. Ja gut, ist jetzt die Frage, ne? Wie viel Kohle hast du da drin? Ne, relevant. Du kriegst dich nicht weg. Wenn schon, dann muss ich es ja so machen, ne? Wie viel Kohle ist das ja so. Wie viel Kohle ist das ja nicht mehr, als dass das Sinn machen würde. Hm. Wie viel Kohle ist das ja so. Wie viel Kohle ist das ja so. Wie viel Kohle ist das ja so. Einmal bitte hier. Jetzt machen wir da auch keine Begrenzung mehr rein. Und ich glaube, das macht zu dem Zeitpunkt gar keinen Sinn mehr. Halt, stopp. Das ist da willig. So. Und du bekommst Solar Sales. So viele es geht, mein Freund. So viele es geht. Okidoki. Ok, äh, hier. Ähm, stopp. Ja, blöd. Bin ja doof, ne? Wir brauchen es ja, äh, leider ja international. Da war ja was, ne? So. Zack. Wir wollen ja auch auf anderen Planeten das Ganze haben. So. Und dann bekommst du die hier und die hier. So. Wie bitte Wurzeln anfragen. 100 Stück. Da bleiben wir unserer Linie mal treu. Die, äh, ne, 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 ne. Äh, lokal bitte nicht, nicht von irgendwo anders daher holen. Und Minimum Load of Drones mit 100 Prozent. Distance to Warp. Braucht man hier nicht so viel. Charging passt soweit. Wie sieht's aus? Machen wir gar nicht lang rum. Also, jetzt kommen wir da natürlich in diesen blöden Bereich schon wieder. Gut. Äh. Ist die Linie und die Linie ungefähr, ne? Sollte so passen von der Linie. Da habe ich jetzt kein Problem mit. Das sieht gut aus. So. Müsste es irgendwie jetzt so sein. Ja, gut, okay. Das sieht gleichermaßen kacke aus. Aber das passt. Dann machen wir hier natürlich stramm. Und du, ihr seid blöd. Den hätte ich ja eh nicht gebraucht. Den freut den da. Wie heißt es in Ordnung? Man würde sich wahrscheinlich... so. Dann versuchen wir da mal die Linie da irgendwie bei zu behalten. Natürlich. Gleichmäßig darf es ja schon aussehen. Definitiv. Da hin. So. Wo müssen wir hin? Wir müssen da hin. Ach, kommt schon. Es war doch mal gefixt. Ja, es war gefixt. So. Ne. Und so. Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt... Hoffentlich sind wir genügend so einer Sales hier in Produktion. Und gucken. Aber wenn ich will, ich hier getrennt. Und dann kommen wir hier neue Eingänge hin, wenn das nicht langen sollte. Aber es sieht ganz gut aus, ne. Also rein theoretisch muss ich nur die Fabrik da im Auge behalten. Das ist halt blöd, ne. Als wenn ich da zu weit weg bin, dass dann die Verbindung dazu hin und das abreißt. Aber das sieht gut aus. Es sind permanent Materialien drinnen. Der vordere kriegt ja eh immer zuerst, ne. Die laufen auch alle. Hallöchen. Guten Tag. Mein Name ist Gabu. Was kann ich denn für Sie tun? Kein Strom oder was? Pfeife. Die sind schnell genug. Okay. Aber wir verpfeffern halt schon einen Haufen Zeug, ne. Das muss man auch einfach mal ganz klar dazu sagen. Hm. Ist hier vielleicht... ...doch der Platz zu gering. Ich muss mal in die Richtung das Ganze machen. Ähm. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so viel... ...definitiv, äh, äh, ist... Äh. So. Ich meine, das ist alles kein Thema. Können wir ja alles machen. Was sind denn die Bänder da? Kann man eins einsparen, tatsächlich. Okay. Mit dem geht's ja relativ fix. Das ist das Schöne da dran. Dann müsste ich das mal ganz kurz abreißen. Das hat sich gehen sollte, aber... ...wie viele würde ich denn jetzt hinkriegen? So. Das, das. Das, das. Dies und dies kommt so oder so weg, weil wir kommen dann so rum rein. Das heißt... ...da vorne, die müssen weg. ...ja, so nicht. So. Krieg ich aber auch jetzt nur zwei hin, ne? ...ääh? Wo ist das da? Könnte aber natürlich theoretisch... ...hierüber noch gehen. Das heißt, ich muss auf der anderen Seite die Sorter wegschneiden. ...ääh, dann können wir das hier gleich so machen. Äh, die... ...Energie-Poles. Stopp. So rum. Na! So rum. Die müssen weg. Da ist es so rum. Da ist es so rum. Ich gucke gerade da die, die, die Linie hier bei den Sortern da, dass da wie es so rum geht. Ich glaube, so müsste es passen, oder? Ich meine, für die vier bräuchte ich so oder so neu, äh, den Eingang. Man könnte das Ganze, aber dann müsste ich alles kopieren. So, pass auf. Bis ich hier fertig bin, ist da hinten alles vor... Oh Gott, ich sehe schon, wie ich bin. Vollkommen über der Zeit. Ähm... Okay, gut. Ja. Das würde ich sagen, machen wir im nächsten Part fertig. Ich, äh, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mitzuschauen würdet. In diesem Sinne, baba.